Es gibt einen Bruder, der hat ein Auto gekauft, bei einem ihm befreundeten Bruder, er ist Autohändler, er hat das Auto von ihm gekauft, nächsten Tag, denkt, die Lampe geht an, irgendwas kommt, er hat es repariert, er sollte aber einen Teil davon bezahlen. Der Käufer? Ja, der Käufer. Warum? Okay, okay. Auf jeden Fall ging das so weiter, er sagt, das Thema ging nicht weg und das ist jetzt ein Monat ungefähr. Er fährt jetzt die ganze Zeit mit diesem Auto rum und die haben das jetzt nochmal repariert und haben ausgetauscht, jetzt immer noch diese Fehler. Wenn er jetzt sagt, pass auf, Bruder, ich möchte dieses Auto nicht mehr haben, nimm es wieder zurück. Katastrophe, nimm es bitte zurück, gib mir mein Geld, das ich gegeben habe und alles. Muss er machen. Muss er machen. Natürlich. Habt ihr gehört? Er kauft ein Auto und da ist ein Fehler drin, ein großer Fehler, nicht irgendwas Kleines. Ja, weil es gibt Al-Gharar auf Arabisch, ja? Al-Gharar. Al-Gharar bedeutet, dass irgendein Makel, irgendein Fehler an der Ware ist, was erwähnt werden muss. Beispiel beim Auto. Und er erwähnt es nicht. Ist das erlaubt? Das ist Haram. Das ist Haram, das ist verboten. Das ist, wenn du diesen Fehler findest, zurückbringen und du musst es annehmen. Wie lange? Zwei Wochen, wie bei der Regel im Kauf. Wie heißt die Regel? Wiederkaufsrecht. Wie heißt es? Widerrufsrecht. Widerrufsrecht. Wie lange? Zwei Wochen in der Regel. Ohne Begründung. Im Islam geht es ein Leben lang. Wie lange? Ein Leben lang. Das heißt, du hast das Auto gekauft. Nach zwei Jahren findest du einen Fehler, der vorher war. Nicht jetzt verschleißen oder so, sondern sagst, ey, hör mal, hier, dein Auto zurück. Hast das Auto platt gefahren, sagst, hier, nimm dein Auto zurück. Nein. Sondern ein Fehler, den du nicht gesehen hast. Okay, Auto ist kein gutes Beispiel. Ein Haus. Du hast das Haus gekauft. Nach drei Jahren merkst du auf einmal, dass das im Keller Schimmel ist. Voll, aber. Du warst drei Jahre nicht unten gewesen im Keller. Beispiel. Sagst du dem Bruder, hey, der Keller ist voll mit Schimmelach. Du hast mir, du hast mir, was hast du mir da verkauft? Nimm dein Haus zurück. Muss er das zurücknehmen als gläubiger Muslim. Aber das macht doch nicht eine andere Frage. Aber laut Islam muss er das wieder zurücknehmen. So. Es gibt aber dann noch kleine Fehler. Beispiel beim Auto. Der verkauft dir das Auto und dann ist da ein bisschen Rost. Kannst du nicht sagen, hey, nimm dein Auto wieder zurück. Hat der nicht gesehen, Miss King? Ja, hat das vielleicht nicht gesehen. Ja? Oder da ist irgendwas Kleines, ein Riss, vielleicht ein kleiner Riss, keine Ahnung, im Stuhl oder so. Darüber reden wir nicht. Wir reden über ganz klare Fehler. Deswegen passt auf, von wem ihr eure Sachen kauft. Nicht auch, weil er einen Bart trägt, weil er sagt, Alhamdulillah, Bismillah, Maschallah, Bismillah, Inschallah. Heißt es, dass er vertrauenswürdig ist. Vor allen Dingen, wenn es um Autos geht, um Häuser geht, ihr müsst aufpassen. Wirklich. Aufpassen, aufpassen, aufpassen und nochmal aufpassen. Und am besten alles schriftlich festhalten. Frisch schriftlich Kaufvertrag. Ohne Kaufvertrag geht gar nichts. Ja, aber der Bruder ist doch nett, ich kenne ihn, ich brauche ihn, ich vertraue Allah. Genau, weil du auf Allah vertraust, musst du einen Kaufvertrag machen. Sonst sagt er dir, ich kenne dich nicht. Hast du schwarz auf weiß einen Kaufvertrag mit mir? Nein, also, mach was du willst. Ja? Oder wie manche Autohändler unter den Muslimen sagen, Bruder, sobald du mein Gelände verlässt, keine Garantie. Guck mal, wie der denkt, Alhamdulillah. Ein Muslim denkt so nicht. Ein Muslim sagt, Bruder, nimm das Auto. Wenn irgendwas da drin ist, komm wieder zurück. Weil ich will keine Probleme bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, passt auf. Untertitelung des ZDF, 2020